Hallo Herr Stüffel. Hallo Frau Iking. Sie sind Geschäftsführer der Rückenwind-Marketing-Agentur und beschäftigen sich auch viel mit Franchise-Systemen. Was sind denn so die Herausforderungen beim Aufbau eines Franchise-Systems? Aufbau eines Franchise-Systems ist ja für einen Unternehmer ohnehin schon eine Königsdisziplin. Und innerhalb dieses Aufbaus, ja gut, es sind verschiedene Ausgangssituationen, die es da gibt. Manchmal ist die Herausforderung, dass man erstmal die Marke fit machen muss fürs Franchising. Manchmal ist die Problematik, dass der Franchise-Geber im Bereich Endkunden-Marketing zu wenig Know-how mitbringt. Große Hürde, meistens ist es die ersten Franchise-Nehmer mal zu gewinnen. Weil irgendwann läuft es dann von selber in Anführungszeichen, aber so diese ersten 1, 2, 3, 4, 5 Franchise-Nehmer zu gewinnen, ist wohl die größte Herausforderung bei dem Ganzen. Sagen wir mal, ich bin jetzt Franchise-Geber und ich wende mich an Sie. Wie läuft denn dann so die Zusammenarbeit ab? In der Regel fängt sowas an mit einem Gespräch. Das heißt, wir unterhalten uns am liebsten persönlich, ansonsten aber auch telefonisch. Und dann klären wir gemeinsam ab, wo brennt es denn bei Ihnen, wo sind Engpässe bei Ihnen, wo sind Elemente in der Kommunikation, wo Sie merken, da kommen Sie nicht so ganz vorwärts, wie Sie das gerne wollen würden. Und dann stellt man eben in so einem Gespräch dann das Ganze fest und weiß dann, in welche Richtung es gehen könnte. Okay. Und wenn ich aber noch gar kein Franchise-System bin, sondern Unternehmer und eben noch gar nicht weiß, wo geht die Reise hin, kann ich mich dann auch schon an Sie wenden? Ja, wir bekommen viele Anfragen von Unternehmern, die sagen, sie haben da eine tolle Geschäftsidee oder sie haben ein Unternehmen, was sehr gut läuft und wollen daraus Franchise machen, das Ganze franchisieren. Da beraten wir dann von Anfang an, also geht es meistens grundsätzlich darum, die Marke zu überprüfen, ist die denn auch wirklich franchise-tauglich, also wenn es es überhaupt schon gibt oder sie muss erst definiert werden, dass man da wirklich eine starke Positionierung hat, einen starken Markenkern hat, um die Ausstrahlung schon mal zu haben. Und wenn man das dann hat, dann geht es eben dann weiter in die Strategie, wie sieht die Endkundenkommunikation aus, welche Medien und Maßnahmen werden hier angegangen, oft mit Gestaltung, Logo, Corporate Design und so weiter, um dann im nächsten Schritt dann wieder aufzubauen und zu sagen, jetzt gehen wir in die Franchise-Nehmer-Gewinnung, um dann eben auch hier wieder zu sehen, wie muss die Website aussehen, wie muss die Broschüre aussehen, und wie sehen jetzt die Maßnahmen aus, die wir anzugehen haben, um da die Ziele zu erreichen. Sie sprechen es an, das generelle Thema, die Franchise-Nehmer-Gewinnung ist eben eine Herausforderung. Was würden Sie sagen, sind denn so ganz gängige Fehler, die da begangen werden? Fehler liegen oft in den Wurzeln schon, dass sich die Franchise-Systeme manchmal zu wenig strategisch an die Sache heransetzen. Das heißt, sie haben sich zwar vielleicht viele Gedanken gemacht, strategisch, wie sie im Bereich der Endkundenkommunikation angehen. Also es gibt wirklich Systeme, da sind die perfekt aufgestellt und wissen genau, was ihre Zielgruppe will und was sie macht und was sie denkt und was ihre Bedürfnisse sind, richten genau die Kommunikation darauf aus, aber schaffen es dann oft nicht, das zu transferieren in den Bereich der Franchise-Nehmer-Gewinnung. Das heißt, dann fehlt da oft eine Definition, eine klare von der Zielgruppe. Man macht sich vielleicht keine Gedanken über sowas wie eine Franchise-Gebermarke, also was wollen wir eigentlich ausstrahlen gegenüber den Franchise-Nehmern. Genauso wie dann oft Unterlagen einfach mit wenig Liebe gemacht sind oder wenig zielverfolgend scheinen. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Baustellen, wo wir merken, da kann man noch was optimieren. Gibt es denn vielleicht auch einen Königsweg, wie man es denn richtig macht mit der Franchise-Nehmer-Gewinnung? Einen Königsweg, nein, einen Königsweg, den gibt es nicht, was aber auch daran liegt, dass jedes Franchise-System ja ganz individuell zu betrachten ist und jeder seine eigene Zielgruppe anspricht. Und schon leid, wenn man überlegt, manche brauchen jetzt Leute, die sehr stark im Vertrieb sind, aber vielleicht aus einer ganz anderen Branche kommen, also Quereinsteiger. Und andere brauchen dann Brancheninterne Leute, die einfach da erfahren sind und das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Ansprachen. Oder wieder andere sagen, sie wollen bewusst Leute ansprechen, die noch gar nicht über das Thema Franchising nachgedacht haben und auch eine ganz andere Art der Kommunikation. Deswegen, Königsweg gibt es leider nicht oder zum Glück nicht, weil wenn es einen Königsweg gäbe, dann bräuchte man uns nicht, die diesen Königsweg, den individuellen Königsweg für jeden aufzeigen kann. Wenn ich als Franchise-Geber meine Expansion noch vorantreiben möchte, was für konkrete Tipps haben Sie da? Was die Zusammenarbeit mit uns angeht, wir haben da, da haben wir einen Königsweg, das ist der Expansionsbooster, heißt der bei uns. Das ist so ein Paket, kann man so sagen, wo wir schon eine recht strukturierte Vorgehensweise haben, wie wir vorgehen, wenn jetzt ein kleines, mittleres oder auch großes Franchise-System auf uns zukommt und sagt, wir erreichen unsere Expansionsziele nicht, was können wir tun? Und das beginnt dann in der Regel, oder eigentlich immer beginnt es mit einer Analyse, dass wir uns anschauen, was wird denn gemacht, wie sieht der Markt aus, die Marktsituation aus, was sind Wettbewerbstätigkeiten in dem Umfeld, um dann ganz konkret reinzuschauen, was sind denn die Ziele, die Expansionsziele, was für ein Budget brauchen wir, das ist dann so eine Besprechung mit dem Kunden zusammen, wo man sich auch mal ein Budget definiert, was auch in wenigsten Fällen gemacht wird, um dann zu sehen, welche Maßnahmen können wir denn jetzt noch angehen, welche zusätzlichen Kanäle, die bis jetzt noch nicht bedacht wurden, können noch angegangen werden, welche von den derzeitigen Kanälen können vielleicht abgewandelt oder gar ausgeschaltet werden, weil sie nicht rentabel sind und das schauen wir uns eben ganz, ganz genau an, um da wirklich aus den Kosten, die da investiert werden, die besten und meisten, also es geht ja nicht immer nur um Masse, sondern auch um Klasse, Interessenten zu generieren im Bereich der Expansion der Franchise-Nehmer-Interessenten. Ihr Unternehmen bietet auch den Health Check an, was hat es denn damit auf sich? Der Health Check, ja, den Health Check, den haben wir entwickelt als Tool, was explizit für die Franchise-Wirtschaft von Experten im Bereich der Marketing-Kommunikation erstellt wurde und es durchleuchtet die gesamte Kommunikation eines Franchise-Systems, das ist wirklich ein 360-Grad-Blick, wo man sich die Marke an sich anschaut, was hat denn die Marke für eine Strahlkraft, für eine Stärke, wie sieht es im Bereich der gesamten Endkunden-Kommunikation aus, also online, offline, Social Media und das Gleiche auch dann nochmal in der Franchise-Nehmer-Gewinnung, also auch da guckt man sich die Kommunikationsmittel, Medien und Wege an und analysiert, ob da alles effektiv genug gehandhabt wird oder ob es irgendwo Optimierungsmöglichkeiten gibt, wie man das Ganze nochmal verbessern kann. Dann schaut man sich auch an soziale Verantwortung, Intranet, wenn gewünscht, Point of Sale, und das wird eben alles analysiert, um wirklich so diesen 360-Grad-Blick, so wie ihn ein Außenstehender hat, wiederzugeben. Und daraus ergibt sich dann zum einen eine Gesamtnote, wo man sieht, wie stehe ich denn eigentlich da insgesamt, aber zum anderen auch ganz, ganz konkrete Optimierungstipps, wo wir wirklich sagen, in den Bereichen, mach das, das, das und dann wird sich deine Kommunikation verbessern und deine Erfolge erhöhen. Ich danke Ihnen für Ihre Erläuterung und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke, Frau Eking, Ihnen auch alles Gute. Danke.